Ich würde sagen, wir fangen an mit Nehammer beschimpfen, oder? Nehammer beschimpfen und wir gehen auf Mutter. Wir haben unser Versprechen gehalten. Okay, wir fangen gleich mal mit etwas Philosophischem an. Und zwar, wer entspricht, Verhör des Guten. Tritt vor, wir hören, dass du ein guter Mann bist. Du bist nicht käuflich, aber der Blitz, der ins Haus einschlägt, ist auch nicht käuflich. Du hast einmal gesagt, was du einmal gesagt hast, dabei bleibst du, ich kann nicht lesen, was hast du gesagt und so weiter und so fort. Es geht halt darauf an, es ist wurscht, ob jemand ehrlich ist. Wenn jemand ein ehrliches Arschloch ist, dann hilft es nichts. Wir haben unser Versprechen gehalten. Kann ja sein, aber ich glaube, dass ihr einfach nur scheiß Versprechen macht. Wo Dark Mode, was kann ich dafür, dass diese Website keinen guten Dark Mode hat? Wie dem auch sei, wir haben unser Versprechen gehalten. Karl Nehammer tritt vor und jetzt, nein, okay, wir stellen ihn nicht ein. Viele Fragen sind da also noch offen, vielleicht können wir zumindest ein paar davon klären. Zum Ende unserer Serie mit den Spitzenkandidatinnen der im Parlament vertretenen Parteien begrüße ich jetzt ÖVP-Parteitschef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Schönen guten Abend. Alles Gott. Herr Bundeskanzler, 650... Alles Gott. ...50 Millionen Euro sind da heute aus dem dritten Drittel in Zusammenhang mit der kalten Progression, die sie verteilt haben. Heute bekannt gegeben, wie das Ganze funktionieren soll. Und das alles, obwohl Österreich massiv verschuldet ist. Ist das ein Wahlkampfzug? Nein. Oh mein Gott. Die erste dumme Frage. Okay. Moment, wir schauen uns das an. Die Parteische Fund, Bundeskanzler Karl Nehammer. Schönen guten Abend. Wir gehen von vorne. Herr Bundeskanzler, 650 Millionen Euro sind da heute aus dem dritten Drittel in Zusammenhang mit der kalten Progression. 650 Millionen Euro, okay. Alles, was irgendwie nicht in der Milliardenbetrag ist, ist eigentlich irrelevant für die Politik zu besprechen. Also für Bundespolitik ist alles, was unter Milliarden ist, nicht der Rede wert. Vor allem, wenn du nur von vier bist. Vor allem, wenn du nur eine Viertelstunde hast mit dem Bundeskanzler. Alles, was unter einer Milliarde ist an einem Geldbetrag, ist komplett wurscht. ... die sie verteilt haben, heute bekannt gegeben, wie das Ganze funktionieren soll. Und das alles, obwohl Österreich massiv verschuldet ist. So, jetzt ist natürlich die Tatsache, dass die Staatsverschuldung, also die Schulden des Staates sind die Einnahmen von der Privatwirtschaft. Wenn sie jetzt will, dass der Schuldenstaat abgebaut wird, dann müsste sie eigentlich die Frage stellen, wem kann ich Geld wegnehmen in der Privatwirtschaft. Vor diesem Hintergrund sind Staatsschulden eigentlich kein Problem. Und da wissen wir nach NMT, dass ein Staat in seiner eigenen Währung nie pleite gehen kann, dass er immer wieder, dass er jede Rechnung in Eigenwährung bezahlen kann, ist dann auch die Staatsschulden in dem Sinne kein Problem. Auch, dass sie wachsen, ist kein Problem. Die Probleme mit den Staatsschulden, die kommen aus anderen Regionen der Wirtschaft, es hängt viel mit der Auslastung der Wirtschaft zusammen, wie nah wir an Vollbeschäftigung dran sind, dieses und jenes, die Wirtschaft derzeit, also die Staatsschulden sind eigentlich für die Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse eher irrelevant, deswegen ist das eine dumme Frage. Also wir können uns gleich anschauen, was er darauf antwortet, aber die Frage von vornherein ist eine sehr schlecht gestellte. Ist das ein Wahlkampf zu können? Nein, überhaupt nicht. Das ist das Einhalten eines Versprechens. Wir haben die kalte Progression ja abgeschafft. Das ist der schleichende Lohnfraß, der jedes Jahr stattfindet. Hat auch den Mehreffekt, dass eben die Steuerreform, die beschlossen worden ist, auch tatsächlich wirkt. Ich meine, ja, Entschuldigung. Kalte Progression abschaffen bin ich übrigens sehr dafür. Das ist etwas, was extrem unpopulär ist in der Bevölkerung, was nicht so viel mehr Geld einbringt. Es ist einfach nur so, es ist einfach nur frustrierend für Leute, es schürt Frustrationen gegenüber den politischen Parteien, die an der Macht sind und die kalte Progression abzuschaffen ist schon hilfreich. Was man jetzt nicht glauben darf, ist, dass durch die Abschaffung der kalten Progression, dass es irgendwelchen armen Menschen dadurch besser geht. Weil die kalte Progression abzuschaffen bedeutet, am Einkommensteuerrecht etwas zu verschieben. Ich bin kein Steuerexperte, ich weiß nicht, wie da genau die Rechnereien funktionieren. Ich kann nur sagen, also es gebietet die Logik, wenn ich selber so wenig Geld verdiene beziehungsweise vielleicht sogar arbeitslos bin, dass ich keine Einkommensteuer zahle, von vornherein nicht, dann kann ich auch nicht über die Einkommensteuer entlastet werden. Also ja, kalte Progression abzuschaffen ist gut. Ob es jetzt der Riesenwurf ist für Menschen, denen es eh schon schlecht geht, weil sie wenig Geld verdienen, weiß ich nicht. Also weiß ich, dass es nicht der Fall ist. Also ja, gut, aber hat einen geringen Effekt. Weil sie mehr Geld im Börsel haben und wir haben aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass das letzte Drittel, das den Menschen zurückzugeben ist von diesem schleichenden Lohnfraß, dass das immer wieder politisch neu bewertet wird, je nach Lageentwicklung. Genau diesem Versprechen sind wir gefolgt und damit haben wir auch unser Versprechen. Entschuldigung, nur eine Kleinigkeit. Also das Wort schleichender Lohnfraß, also die Phrase schleichender Lohnfraß soll das Ganze natürlich sehr emotionalisieren und es irgendwie als etwas Größeres darstellen, was es ist. Ich meine, für die Menschen, die jetzt dadurch mehr Geld am Konto haben, ist das gut. Also will ich gar nicht jetzt irgendwie in Abrede stellen. Aber damit löst man keine gesellschaftlichen Probleme. Also dass er das jetzt irgendwie überhöht, dieser schleichende Lohnfraß. Ich meine, für die Menschen, wie gesagt, die jetzt mehr Geld im Geldbörsel haben, ist das schön. Aber man braucht es jetzt auch nicht überhöhen. Damit habe ich meine Versprechen gehalten, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Sie sagen, je nach Lageentwicklung, nun ist die Lage aber so, dass etwa der Fiskalrat massiv davor warnt, dass Österreich einen riesigen Schuldenberg hat und dass die nächste Bundesregierung nicht darum herumkommen wird, ein Sparprogramm zu fahren. Also wäre es in der Lage nicht angebracht gewesen, dieses Geld, diese 650 Millionen im Budget zu belasten, auch das wäre möglich gewesen. Nochmal, vom Schuldenstand kann man überhaupt nichts ablesen. Also der nominale Schuldenstand ist irgendwie, ja, überhaupt irrelevant, weil wie groß ist die Wirtschaftsleistung dann, wenn man den ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung stellt. Naja, was sagt uns das jetzt aus? Also relevanter ist eigentlich, wie ist das Wachstum allgemein? Wie schaut es aus, wie ist die Arbeitslosenquote? Welche wirtschaftlichen Herausforderungen stehen wir gegenüber? Also ich meine, wir haben irgendwie eine Klimakrise, die müsste man bekämpfen. Dafür braucht man eine effiziente Wirtschaft, die möglichst schnell die Mobilitätswende schafft, dass wir weniger Auto fahren und mehr öffentlichen Verkehr haben. Die irgendwie schaut, dass mehr über Schienen transportiert wird und weniger mit LKWs über Autobahnen und so weiter und so fort, dass wir mehr von unserem Strom durch erneuerbare Energien bekommen. Alles das, dafür brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft, die produktiv ist und gleichzeitig gut ausgebildete Menschen. Das hängt wirklich sehr wenig mit dem Schuldenstand zusammen, ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt mehr Schulden aufnehme und dann das in spezielle Techniklehrgänge investiere oder in irgendwie Neuforschung zu, weiß ich nicht, Neubahnenenergien, dass die irgendwie effizienter gewonnen werden können oder irgendwie in Energiespeichertechnologien investiere, dann ist das ein höherer Schuldenstand. Aber ich habe dann in der Realität, weiß ich nicht, einen neuen Windpark oder so oder ich habe Möglichkeiten, grünproduzierten Strom länger zu halten oder zu speichern oder was auch immer. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich Schulden aufnehme als Stadt, dann einen realen Wohlstandsgewinn tatsächlich in der Welt. Warum soll mir jetzt, vor allem wenn ich ein Stadion mit eigener Wehrung bin, also ich meine, Österreich hat den Euro, so wie alle Länder in der Eurozone, die können den schöpfen, wenn sie wollen. Dem steht eigentlich nichts im Wege, außer Schuldenregeln auf europäischer Ebene, die ja gut ausgestaltet sein können, da kann man ja sinnvolle Regeln machen, aber am gewissen Punkt sind Schulden ja schädlich, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Nur das sind sie halt nicht und derzeit schaden sie sehr, erstens einmal einen wirtschaftlichen Wachstum, wir können gerne über Degrowth und so alles sprechen, aber wie dem auch sei, wir leben im Kapitalismus, wir brauchen eine effiziente Wirtschaft, die wächst. Und da sind halt diese Regeln im Weg, also es ist eine dumme Frage, eine dumme Antwort und das alles bleibt halt verhängen in einem alten Verständnis von Geld. Ja, dass uns eigentlich, der einzige Ausweg ist eigentlich der tiefere Fall in die Klimakrise, weil mit diesen Vorstellungen von knappem Geld und von hohen Schuldenberg und oh wie furchtbar, da wird es nichts mit Klimaschutz, das muss man leider so sagen. Auch die Grünen sollten das endlich checken. Das darf man nicht miteinander vermengern. Die kalte Progression ist eigentlich Geld, das den Menschen immer schon zugestanden ist. Seit über 40 Jahren wird versucht, sie abzuschaffen. Es hat dafür nie ausreichend politische Mehrheiten gegeben. Es ist mir gelungen, mit meinem Finanzminister und dieser Regierung tatsächlich dieses Versprechen jetzt einzulösen gegenüber den Menschen. Das ist ja Geld, das den Menschen zusteht. Sie müssen sich vorstellen, seit 2023 sind das... Bravo. Und wie schaut es aus mit einem Klimaschutzgesetz? Mittlerweile fast 7,5 Milliarden Euro bis 2025. Wie schaut es aus mit einer Investitionsoffensive in Solarenergie oder in Windparks? Wie schaut es damit aus? Anderen Regierungen wäre es jetzt so gewesen, dass dann immer wieder Steuerreformen angekündigt werden mit Geld, das eigentlich immer den Menschen zu Recht zusteht. Also das eine ist Abschaffung des schleichenden Lohnfraßes. Das andere ist tatsächlich, dass wir Sorgsamkeit walten lassen müssen, wenn es um das Budget geht. Genau, das eben hat der Fiskal... Nein, wir müssen Sorgsamkeit walten lassen, wenn wir über die Umwelt sprechen. Und dafür müssen wir halt leider Geld ausgeben. Es tut mir leid, lieber Herr Bundeskanzler, aber Sie müssen da jetzt Geld in die Hand nehmen und investieren. Es hilft nichts. Er hat auch eingemahnt, nun haben wir auch gehört, der IHS-Chef Bonin... Auf den Kali zu kritisieren? Achso, ich dachte, du meinst Dekaldent. Nein, den Kali, den werde ich kritisieren. Hat auch kritisiert, wie diese 650 Millionen Euro verteilt werden und hat gemeint, dass man durchaus mehr Geld auch den niedrigeren Einkommen, den kleineren Einkommen zur Verfügung stellen hätte können. Müssen Sie sich da den Vorwurf gefallen lassen, erneut mit einem Gießkannenprinzip zu handeln? Ach, halt doch die Fresse mit der Gießkanne. Ich möchte da gerne verweisen auf den Maurice Hülfke, der das schöne Bild verwendet hat. Ja, wenn ein Waldbrand ist, wenn wir irgendwie eine sich ausbreitende Armut haben im Land, da braucht man nicht die Gießkanne, sondern dann braucht man das Löschflugzeug. Und dann ist es wurscht, ob die Menschen, die eh schon genug Geld haben, dann halt auch noch ein bisschen Geld kriegen. Das macht die nicht ärmer, das ändert nichts an der Vermögensungleichheit, die eh schon exorbitant groß ist. Hauptsache die Menschen, denen es mangelt, die irgendwo irgendwie Not am Mann ist oder an der Frau im Geldbörsel, ja Hauptsache man hilft denen. Auf den Rest, naja, dann kriegen die halt auch ein bisschen Geld, aber dieses mit der Pipette, um das nochmal mit dem Maurice Hülfke zu sagen, mit der Pipette das Wasser zu verteilen, damit auch keiner in den Tropfen zu viel bekommt. Das ist halt die Art von Rhetorik, die dazu führt, dass Menschen in Armut bleiben, weil einfach es zu lange dauert, bis die Maßnahmen, um diesen Menschen finanziell zu helfen, greifen. Also es ist, also es erschließt sich mir nichts, keine Ahnung. Nein, wie immer, wie es bei Maßnahmen ist, gibt es dazu viele Meinungen, was für uns diesmal wichtig, auf der einen Seite die Leistungsträgerinnen und die Fleißigen zu entlasten. Da sind im Besonderen auch zum Beispiel Alleinerzieherinnen, auch da haben wir besonders und Alleinerzieher darauf geachtet, dass mit der Kinderverantwortung auch mehr Geld zur Verfügung bleibt. Wie wäre es mit Investitionen in öffentliche Kehreinrichtungen, dass irgendwie mehr Kindergartenbetreuende auf weniger Kinder treffen, dass die sich da mehr Zeit nehmen können in der frühpädagogischen, in der Frühpädagogik, so heißt das glaube ich, dass wir irgendwie den Lehrerinnenmangel bekämpfen, indem wir da investieren, dass wir irgendwie Ganztagesschulen machen, was ein Konzept ist, dass das von vielen Bildungswissenschaftlerinnen gefordert wird. Meines Wissens nach, vielleicht bin ich da auch, das habe ich vor ewiger Zeit einmal gehört von der, wie heißt das, von der Bildungsbeauftragten unserer Schule, egal, kann sein, dass das mittlerweile outdated ist, aber da muss man halt auch rein investieren, dass man Frauen da entlastet, dass die nicht so viel Kehrarbeit leisten müssen. Machst du das? Nein, weil wir haben ja, wir können ja nicht so viel Geld ausgeben. Wir haben auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel das Kilometergeld erhöht wird auf 50 Cent. Das sind alles Maßnahmen, die zeigen sollen, dass uns die Menschen besonders viel wert sind, die durch ihre Arbeit zu diesem solidarischen Wohlfahrtsstaat beitragen. Und warum wir in viele Stufen hineingegangen sind, dass tatsächlich mehr Geld im Börsen überbleibt, ist auch wichtig für die Frage, lohnt es sich von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken? Das wird dadurch auch ermöglicht. Es geht nicht darum, dass es sich nicht lohnt, die Menschen haben einfach nicht die Kapazitäten. Eben weil, also das ist das Stichwort unfreiwillige Teilzeit, wo viele alleinerziehende Frauen oder allgemein, wo viele Frauen, die Kinder groß sind, müssen einfach verhaftet sind, weil, also drinnen verhaftet sind, weil es halt nun mal in unserer Kultur die Annahme ist, naja, okay, der Mann geht arbeiten und wenn die Familie ein Kind hat, ja dann okay, dann bleibt die Mutter daheim, vielleicht kann sie Teilzeit arbeiten, das ist ja dann auch schon progressiv, aber, ja, es ist nicht, dass die Menschen auf der faulen Haut liegen und irgendwie, ähm, lass mich mal schauen, wie viel an Teilzeit, äh, Zeit ist unfreiwillig Österreich? Österreich. Das hat einmal die Statistik Austria irgendwo erhoben, ich habe es leider vergessen. Wiener Zeitung, nein, ich finde es jetzt nicht, wurscht. Schauen wir auch noch auf die aktuelle Stimmung in der Koalition, heute war man sehr darum bemüht zu zeigen, dass eben... Mittlerweile ist es ein Wunder, wenn die Kita, das ist der Kindergarten, nein, die Kindertagesstelle, äh, ist das Kindergarten? Ja, ungefähr. Weil er im Monat nicht anruft und sagt, dass das Kind zu Hause will, weil kein Personal da ist. Ja, das ist, das ist halt das große Problem, in Deutschland ist es noch viel ärgerer als in Österreich, weil Deutschland war immer schon schlechter als Österreich, ähm, aber, ja, natürlich. Was vorangeht, aber die Koalition war in den... Billigste Warense, war in den österreichischen Hamburger McDonalds, ja. ...vergangenen Wochen im Krisenmodus und das hat man auch in Brüssel gemerkt. Da gab es mehrere Beispiele, zum Beispiel den Klimaplan, den Umweltministerin Gewessler nach Brüssel eingemeldet hat, ähm, Verfassungsministerin Ed Stadler von der ÖVP, dann wieder zurückgezogen hat, bis jetzt liegt kein neuer Klimaplan vor. Dann gab es das Thema Verbrenner aus, das wurde auf EU-Ebene mit Österreichs Stimme beschlossen, ab 2035 soll es keine Neuzulassungen mehr für Verbrenner geben, dann rufen Sie einen Gipfel ein, der eben genau das bekämpft und das kritisiert, nämlich das Aus der Verbrenner und nicht zuletzt, wir kennen, ähm, das, den Streit um die Renaturierungs, ähm, ähm, verordnung, wo eben Ministerin Gewessler zugestimmt hat und Sie daraufhin die ÖVP eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Ministerin Gewessler eingebracht hat. Was macht denn das für ein Bild auf EU-Ebene? Also, das wird ein Stück weit, ähm, überbewertet in Österreich. Warum? Die EU ist, äh, bestehend aus 27 Mitgliedstaaten. Sie haben oft Koalitionsvarianten mit bis zu fünf Parteien. Uneinigkeit in Koalitionsregierungen ist für Brüssel, für die Europäische Kommission nicht seltenes. Ich glaube, es war richtig und wichtig, gerade da auch aufzuzeigen, dass die Energieministerin hier gegen das Recht verstößt und nicht für Österreich spricht, äh, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Statement, weil ich kenne irgendwie vier Gutachten, die sich dafür aussprechen. Moment, das muss ich jetzt eigentlich finden. Ich habe das schon nochmal recherchiert, ich wollte es schon mal erwähnen. Äh, BMK, Gutachten, so. Service, Publikationen, gemäß B-VG, da haben wir es. So. Wir können uns das ja einmal anschauen. Äh, ja, da sind wir genau. So. So. Wo haben wir das? Zusammenfassend folgt, also ihr könnt es gerne alles lesen, wenn ihr wollt. Ich lese jetzt den letzten Satz, weil der das hier zusammenfasst. Zusammenfassend folgt aus alledem, dass meiner Einsicht, äh, die besseren Argumente dafür sprechen, dass die Bundesministerin für Klimaschutz, äh, im konkreten Fall nicht an einer Einvernehmensherstellung mit dem, äh, BML, woher steht das BML nochmal? Äh, 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 Bundesministerium für Landwirtschaft oder ist das für, äh, Bundes, irgendwas mit Ländern, keine Ahnung, äh, gebunden ist in jedem Fall, ist dies aber als eine vertretbare Aus, jeden Fall ist dies aber als eine vertretbare, vertretbare Auslegung des, äh, fünf Paragraphen, okay. Das heißt, ist okay? Meine Herren, ist das grammatikalisch schlecht? Äh, so, Rechtsgrundachten. Moment, wo ist, da ist die Zusammenfassung um, glaube ich. Zusammengefasst kommen wir zu dem Ergebnis, dass sehr gute Argumente dafür sprechen, dass die einheitlichen Stellungnahmen der Länder, äh, vom November 2022 Mai die Klimaschutzministerin bei der Abstimmung zur Renaturierungsvorlage, äh, im Rat nicht binden, weil sie offenkundig nicht von dem gesetzlich vorgesehenen Organ, äh, erlassen wurde und weil sie im Zuge des Trilogprozesses die sachliche Grundlage, also Trilogprozess, das war eine Verhandlung auf EU-Ebene zwischen Rat, äh, Kommission und Parlament, ja, das ist der Informationsrilo, genau, die sachliche Grundlage wesentlich geändert hat, mit denen die Stellungnahmen nicht mehr adäquat sind. Die gesetzlichen Erklärungen der Länderhauptleute zwar keine Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der beiden indizieren, aber aufgrund bestehender völkerrechtlicher Verpflichtungen und so gute Argumente vertreten werden kann, mit guten Argumenten vertreten werden kann, dass die Zustimmungsregelung aus zwingenden Integrations- und außenpolitischen Gründen erforderlich ist, äh, und insoweit, okay, also, ist okay, das zweite Gutachten, dann, hier unten sind wir, hier unten spielt die Musik, das Gutachten, okay, eine konkrete Forderung der Länderstellungnahme zielt auf einen Aufschub, auf den Aufschub der Vorbereitungsarbeiten für den Nationalen Widerstellungsplan bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung ab, die Vorbereitung des Nationalen Widerstellungsplanes fällt aber nicht in die Gesetzgebungstätigkeit der Länder, solche Vorbereitungen, also da sagen sie, dass das, was da abgestimmt wird, in die Gesetzgebungszuständigkeit, dass dieser Renaturierungsplan scheint nicht in die Kompetenz der Länder zu fallen, äh, solche, okay, solche Vorbereitungsarbeiten durch das UBA haben auch keinen normativen Inhalt, weswegen auch keine Beeinträchtigung von rechtlich geschützten Landesinteressen erfolgen kann. Also, äh, die Interessen der Länder werden dadurch nicht verletzt, weswegen die, äh, Stellungnahme der Länder nicht bindend für die Bundesministerin für Klimaschutz, äh, Umwelt, Energie, Mobilität und Innovation und Technologie, äh, ist. Laut Einschätzung dieses Gutachtens, wie gesagt, das muss halt, es wurde, glaube ich, geklagt, also das wird sich noch herausstellen. Problemstellung, rechtliche Beurteilung, Ergebnis. Eine Abweichung von der einheitlichen Stellungnahme der Länder, äh, zur Wiederherstellungsverordnung bei der finalen Abstimmung im Rat ist rechtskonform und im rechtspolitischen Ermessen des Bundes gemäß Artikel 23d Absatz 2b-Vg gelegen. Rechtswidrig wäre ein Abweichung nur im Falle eines Ermessensexesses. Ein solcher ist aber hier zweifellos nicht gegeben. Okay. Viertes, äh, wo sie sagen, das war okay. So. Meine Herren. Das ist ein langes Gutachten. Die haben auf jeden Fall, wie viel haben die verlangt? Die haben 11.000. Unglaublich, wie viel Geld die verlangen für das? Eine Untersuchung des, äh, geltenden Rechtsrahmenshalte geben, dass es Gründe gibt, die dazu führen, dass das, dass die Stellungnahme, was, was, dass SDN ihre Verbindlichkeit zur Gänze? Okay, also die Stellungnahme der Länder hat irgendwie die Verbindlichkeit verloren. Dazu können Textänderungen im Zuge des Verhandlungsprozesses gehören. Äh, hinsichtlich der Beschlussvorlage verbindlich. Unter Anwendung der entwickelten Grundsätze auf die eigenständigen SDN kommt man zum Ergebnis, dass gute Gründe dafür sprechen, dass die Beschlussvorlage und die zweite SDN dahin ausgelegt werden können, dass hinsichtlich der Beschlussvorlage ihre Verbindlichkeit verloren haben. Okay. Oder, also entweder kommt man zu dem Schluss, dass das, äh, dass der Beschluss zwar gültig ist, aber sich das, äh, Vorhaben der Kommission dahingehend verändert hat, dass das jetzt, äh, nicht mehr, dass die, dass die Abstimmung der Länder nicht mehr für diesen neuen Entwurf gültig ist. Entweder das oder, hinsichtlich dieser Beschlussvorlage zwar noch teilweise verbindlich ist, sie jedoch mangelshinreichender Bestimmtheit der Zustimmung des Organs nicht mehr entgegensteht, also dass die, dass sie noch bindend ist, aber dass diese Eindeutigkeit nicht mehr herrscht, sodass es immer messen der Bundesminister ermöglicht, sich über das nicht mehr so ganz eindeutige, äh, Bestimmung der Landes, äh, Interessen hinwegzusetzen oder ihr teilweise entsprochen wurde und ihr teilweise im Zuge des Abstimmungsprozesses und im Vollzug entsprochen werden kann. Okay. Das heißt, nur weil sie da jetzt, äh, dagegen gestimmt hat, heißt nicht, dass den Interessen, die die Länder geäußert haben, äh, trotzdem dann in der tatsächlichen Umsetzung, äh, entsprochen werden kann. Das heißt, es ist selbst, wenn das alles gilt, nicht zwangsläufig der Fall, dass, gegen die Interessen der Länder, äh, da abgestimmt wurde. Okay. Fünf von fünf Gutachten sagen, dass, äh, von, zumindest eines gibt's, äh, vom Bundeskanzleramt wurde eines auch in Auftrag gegeben, das aber direkt, äh, dem Bundeskanzler, äh, untersteht. Äh, das sind zwei in Auftrag gegebene, Rechtsgutachten aber von unabhängigen, äh, Kanzleien, die das, äh, die keine Verbindung haben zum Bundesministerium, die das Geld bekommen, egal zu welchem Schluss sie kommen. Also wir haben einerseits die, äh, die Stellungnahme vom Bundeskanzleramt, wo der Bundeskanzler natürlich sehr direkten Einfluss drauf hat, wo die Menschen, die das verfasst haben, legit Angestellte des Bundeskanzlers sind, äh, die sagen, dass es rechts, äh, widrig war und dann hast du fünf unabhängige Gutachten, äh, die alle zu dem Schluss kommen, nö, hat gepasst. Ja. Ich meine, das muss sich vor, äh, Gericht klären, tatsächlich, da helfen Gutachten nicht, sondern da brauchst du eine Gerichtsentscheidung, äh, aber, ja. Wie ich bin nicht qualifiziert, die ganzen Herleitungen durch, äh, ich bin qualifiziert, sie durchzulesen, ich werde sie nicht verstehen, ähm, ihr auch nicht. Ich glaube nicht, dass der Nehammer qualifiziert ist, das zu tun. Ich halte mich jetzt einfach daran, dass fünf unabhängige, äh, Rechtsgutachten zu dem Schluss gekommen sind, das passt. Und eines, äh, das, äh, von einer Behörde, die politisch dem Bundeskanzler untersteht, zu dem Schluss gekommen ist, ne, das passt nicht, dann glaube ich den fünf zu eins, äh, unabhängig versus schon politisch kontrolliert. Gut, ich hoffe, das ist jetzt klar und ich werde nie wieder über dieses Scheißthema reden, weil diese fünf Formulierungen, die eh schon zusammengefasst haben, was auf diesen, ja, insgesamt sind es wahrscheinlich 60 Seiten gestanden hat, äh, die das zusammengefasst haben, das war genug legalistisches Schreiben für mein ganzes Leben. Ich hoffe, ich habe damit nie wieder Kontakt. Ich als Bundeskanzler und auch die österreichische Volkspartei steht für Umwelt und Naturschutz, das ist mir ganz wichtig festzuhalten, Österreich ist ein Vordergrund. Österreich ist ein Autoland, Österreich wird immer ein Autoland bleiben, Karl Nehammer hat mehrere Kilometer Autobahnen gebaut oder allgemein Straßen als Schienen, nice. Aber Österreich ist ein Klimaland, ja. Wir investieren zu wenig in erneuerbare Energien, aber Österreich ist ein Klimaland, wir haben kein Klimaschutzgesetz, aber es ist ein Klima, unglaublich. Sie können aus österreichischen Seen trinken, über 50 Prozent der Fläche Österreichs bestehen aus Wald, wir haben das strengste Forstgesetz innerhalb der... Wir sind, wir sind, äh, uns ist das Klima ganz wichtig, äh, wir haben Wald, what the fuck? ÖBB ist cool, ja, aber ÖBB, ja, ist okay. Nein, besser als Deutsche waren, alle waren und eben, weil nicht nur wir dagegen waren, sondern auch, weil das Gesetz vorsieht, wenn andere Ministerien betroffen sind, ist die Einstimmigkeit sozusagen in der Regierung herzustellen und das ist eben nicht passiert. Und übrigens in der anderen Situation gibt es eben unterschiedliche Rechtsauffassungen. Nein, da gibt es keine unterschiedlichen Rechtsauffassungen, denn... Weiter, habe ich das noch offen? Nein, habe ich nicht. Es gibt fünf unterschiedliche Rechtsauffassungen, also es gibt zwei unterschiedliche und fünf, also es gibt sechs Gutachten zu dem Thema und fünf widersprechende, ja, also halt die Fresse. Das Faktum ist, dass der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, der genau dafür eingerichtet worden ist, die Kompetenzzuständigkeiten zwischen den Ministerien zu klären, das ist auch im Bundesministeriengesetz so festgelegt, der hat ganz klar gesagt, es ist die Einstimmigkeit herzustellen und für mich als Bundeskanzler war wichtig, der Kommission zu zeigen, hier geht die Energieministerin gegen österreichisches Recht und gegen die österreichische Verfassung vor. Das kann er so nicht wissen, weil erstens einmal muss das Recht gesprochen werden, das ist das eine und von den rechtskundigen Kompetenzen, die sie zu dem Thema geäußert haben, sprich Gutachten erstellt haben, widersprechen dir fünf von sechs. Und das eine, das dir nicht widerspricht, ist halt von einer Behörde und von Mitarbeitern erstellt, die dir rechtlich unterstehen, direkt. Unglaublich. Und was geht es gerade? Er leugnet gerade die Tatsache, dass das, was die Ministerin Gewessler gemacht hat in ihrer Abstimmung, fucking based war und auch rechtlich vertretbar war. Das musste ich aufzeigen, aber was ist der Hintergrund? Das ist mir nur wichtig noch zu sagen. Der Hintergrund ist... Okay, gut, um mich jetzt nicht falsch zu verstehen. Ich sage auch nicht, dass es legal war. Schaut es mich an. Wer bin ich? Politikwissenschaftler, nicht Rechtswissenschaftler, um zu sagen, ob das legal war oder nicht. Ich halte mich an rechtskundige Einschätzungen, die tatsächlich sagen, ja passt. War gut. Dieser zentralistische Ansatz aus Brüssel, 27 Mitgliedstaaten im Naturschutz zu bevormunden, zu überregulieren... Okay, also jetzt prinzipielle Ablehnung von transnationaler Zusammenarbeit, gleich aus der EU auftreten, Herr Karl Nehammer? Funktioniert nicht. Österreich... Also wir wollen immer nur dann was aus Brüssel, wenn es uns gefällt, aber wenn wir irgendwie eine politische Entscheidung mittragen müssen, die uns nicht gefällt, dann ist das undemokratisch. Wie gesagt, es ist ein Vorzeigeland. Wir sind froh, dass wir Bäuerinnen und Bauern... Österreich ist kein Vorzeigeland. In der EU ist übrigens, also weltweit ist beim Klimaschutz keiner ein Vorzeigeland. ...versorgungssicherheit herstellen, eine sehr verantwortungsvolle Forstwirtschaft, dies zusätzlich zu beschweren, würde bedeuten, dass unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft und auch Forstwirtschaft gefährdet ist. Herr Bundeskanzler, ich will nicht alles wieder... Das liegt an der Förderungsstruktur der EU tatsächlich, die den falschen Landwirtschaftsbetrieben sehr viel Geld in den Arsch schiebt, nämlich den konventionellen Großbetrieben, die tatsächlich nicht vom Aussterben bedroht sind, im Gegensatz zu Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Das muss man ändern, das ist auf jeden Fall richtig. Nur die Tatsache, also nur zu argumentieren, wenn da die EU-Förderungen an die Landwirtschaft rausgestrichen werden, dass es dann irgendwie kleinen Betrieben besser geht. Nein, es reicht nicht nur, dass man da Förderungen an schlechte Betriebe streicht, sondern dass man gezielt kleine Landwirtschaftsbetriebe stützt. Das ist schon richtig. Subventionen werden nach Fläche verteilt, ja, und das ist scheiße. ...neu aufrollen und eben auch die Grünen haben eine unterschiedliche Rechtsauffassung. Das ist scheiße, weil dann natürlich die mit großen Grundstücken bevorzugten... ...Gutachten, die Ministerin Gewessler in Auftrag gegeben hat, die... Nein, verfassungsrechtlicher Dienst vom Bundeskanzleramt. ...etwas anderes sagen. Das ist sozusagen eben, das ist der Status quo. Die ÖVP hat die Anzeige wegen Amtsmissbrauchs eingebracht, das habe ich schon gesagt. Die ÖVP hat aber auch angekündigt eine Nichtigkeitsklage beim EuGH. Wie sieht es mit der aus? Ist die eingebracht? Die wird vorbereitet und wird natürlich eingebracht. Das, worum es mir geht, ist hier auch eines klarzustellen, weil es auch im Beitrag erwähnt worden ist. Natürlich, wenn Sie mich nach meiner Emotion fragen, hätte ich sofort die Energieministerin zur Entlassung beim Bundespräsidenten vorgestellt. Mich interessieren deine Emotionen nicht, Karl. ...vargeschlagen, wer öffentlich... Jemand, der so kahl bleibt bei Emotionen, wenn irgendwie kleine Mädchen, die irgendwie zwölf sind oder so, mitten in der Nacht rausgeklingelt werden und dann medienwirksam abgeschoben zu werden. Wenn dich das emotional kalt lässt, dann interessieren mich deine Emotionen ein Scheiß. ...gangener Rechtsbruch ist zu ahnden. Warum habe ich es nicht getan? Weil ich den Menschen versprochen habe, diese Regierung dient bis zum Ende der Legislaturperiode. Ich habe den Menschen versprochen, dass es in Österreich Stabilität und kein Chaos gibt und dafür habe ich gesorgt. Stabil in die Klimakrise. Danke, Karl. Warum ist das wichtig, wenn plötzlich das freie Spiel der Kräfte im Parlament ausbricht, also ganz wilde Allianzen unter den Parteien, gibt es dann Milliarden Versprechungen an Wahlzuckerl. Mittlerweile seit 2008 kostet das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über 30 Milliarden Euro. Mein Versprechen... Das würde mich wirklich sehr interessieren, wo er das her hat, weil sowas wie Wahlzuckerl, nein, das gibt es leider nicht. Wäre schön, wenn irgendwie vor Wahlen armen Menschen geholfen würde mit irgendwie höheren Sozialleistungen. Das wäre, hey, wäre ja schön, aber irgendwie der Beleg, dass das Wahlzuckerl will heißen, direkt vor Wahlen erhöhte Sozialausgaben von der Regierung. Wenn das irgendwie ein Phänomen sein soll, dann hat die Politikwissenschaft bis jetzt eine schlechte Arbeit geleistet, das irgendwie zu belegen, weil mir wäre das nicht bekannt. War das zu verhindern? Daran habe ich mich gehalten. Wahlzuckerl hätten Sie ja sonst auch in der Regierung in der vergangenen, wenn die so teuer waren, wieder zurücknehmen können. Aber wie konsequent ist es denn dann? Sie sagen jetzt aus der Emotion heraus, hätten Sie das schon machen können. Aber warum haben Sie es denn nicht getan? Heute gab es einen Misstrauensantrag. Mann! Wir haben so wichtige Fragen. Reden wir doch inhaltlich, was die ÖVP an Klimaschutz nicht gemacht hat. Reden wir doch darüber, was die ÖVP und was die Wirtschaftskammer und was alle ihre Vorfeldorganisationen an Klimaschutz verhindern. Und nicht irgendwie darüber, oh, also emotional hat sie das getroffen. Wie sollen wir Ihnen das glauben, wenn Sie nicht gleich die ganze Regierung? Warum? Dieser Journalismus ist so erbärmlich. ...fragt der FPÖ, dem Sie nicht zugestimmt haben, eben aus Koalitionsräson. Wie sehr musste sich die ÖVP da heute verbiegen? Als Bundeskanzler trägt man Verantwortung für das Land und die Menschen. Und Emotion hat dann oft hintanzustehen gegenüber Verantwortung eben, dass gerade jetzt, wir sind knapp 88 Tage vor der Wahl eben kein Chaos aus. Buzzword, Emotion hat hinten anzustehen, ich bin rational, ich übernehme Verantwortung, Stabilität. Buzzword, 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 nichts Inhaltliches. Und das liegt aber nicht an ihm. Er darf da bullshitten, was er will. Es liegt an der schlechten Interviewführung, dass wir nicht pointierte Fragen stellen. ...bricht und dann eben Milliardenversprechen dann beschlossen werden, die dann auch teuer bezahlt werden müssen, sondern das Versprechen ist, aus meiner Sicht einzuhalten, dass wir geordnet in diese Nationalratswahl gehen. Das haben wir getan. Nächstes Buzzword, geordnet. Wir haben heute das letzte Drittel auch der kalten Progression, also der schleichenden Lohnfraß abgeschafft. Hatten wir das viertes Mal schleichende Phrasendrescherei. ...die inhaltlich handlungsfähig ist, auch wenn sich eine Ministerin viel verhält. Schauen wir auch noch auf die Zeit nach der Wahl. Der steirische Landeshauptmann Drexler von Ihrer Partei schließt eine neuerliche Zusammenarbeit der ÖVP mit den Grünen im Bund nach der Nationalratswahl aus. Schließen Sie sich ihm an? Also jetzt wird schon langsam wirklich eng. Also mit den Grünen kann man nicht koalieren. Mit der SPÖ, ich meine es gibt Annäherungsversuche. Mal schauen, wie konsistent die bleiben. Die FPÖ und Kickl sind nur ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, inhaltlich hat er kein Problem mit ihnen. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen ÖVP-SPÖ, was sicherlich dieses Mal möglicher ist als das letzte Mal. Also schauen wir mal. Oder ÖVP-FPÖ, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Also ich bin gespannt. Also dieses zu sagen, naja, man kann mit den Grünen nicht koalieren. Ich meine, das ist natürlich seine Meinung. Kann ja sein, dass das wirklich so ist. Aber wenn jetzt dann als nächstes noch irgendwie kritische Stimmen aus der ÖVP kommen und die sagen, ja, mit der SPÖ können wir auch nicht koalieren. Und dann kommt der Karl Nehammer, wird dazu gefragt und sagt dann, ja, aber schauen wir mal uns jetzt an, die hier Verfehlungen, was auch immer die SPÖ. Ich meine, die SPÖ hat sicherlich Verfehlungen auch begangen. Aber wenn man uns dann liest eine Liste vor und dann, naja, was bleibt dann über? Mit Grünen können wir nicht koalieren, mit SPÖ können wir nicht koalieren. Ja, dann wird die arme ÖVP wird dann notwendigerweise gezwungen sein. Oh, wie schlimm. Also aufpassen, was jetzt da noch gesagt wird, mit wem man alle nicht koalieren kann. Ich würde da sehr, sehr vorsichtig sein. Zum einen, wenn man jetzt das Verhalten der Energieministerin beurteilt, dann hat sie sich einmal selbst aus dem Spiel genommen. Und zum anderen habe ich auch immer festgestellt und auch gesagt, damit die Menschen wissen, woran sie sich orientieren können, mit wem an den handelnden Personen, gerade in der politischen Öffentlichkeit, kann man auch da. Ich denke, es wird wirklich in Österreich im Fach Wirtschaftskunde, wird da abgefragt und die richtig, also was Österreich für ein Wirtschaftssystem hat und dann wird, ist die Antwort, ist eine ökosoziale Marktwirtschaft? Bernhard KI, hast du dafür einen Beleg? Moment. Prüfung Öko-Sozial-Marktwirtschaft-Schule. Nachher keinen Start machen. Deswegen habe ich auch klar gesagt, dass Herbert Kickl in seinem Verhalten, in seiner Verschwörungstheorie und in seiner Radikalisierung ein Sicherheitsrisiko ist, aber nicht die FPÖ. Und das, was mir wichtig ist, die Menschen sind am Wort am 29. September. Die Menschen treffen eine Entscheidung und diese Entscheidung gilt es abzuwarten. Danach wird man sehen, welche Mehrheitsbildungen sich überhaupt ausgehen. Die Menschen wissen bei mir sehr genau, woran sie sind, wenn sie diese Entscheidung treffen. Und ich werbe um den Auftrag. Wie ist es dann mit Leonore Gebessler? Sie schließen Herbert Kickl aus. Das haben Sie jetzt wieder gemacht. Wie schaut es mit Leonore Gebessler aus? Würden Sie wieder mit ihr zusammenarbeiten? Ich sage es, wie es ist. Nur weil der Herbert Kickl dann vielleicht nicht in der Regierung ist, weiterhin Partei-, also Fraktions-, nein, Clubchef ist, in Österreich ist das Club, im Nationalrat ist, immer noch seine 15.000 im Monat verdient und dann bei der nächsten Bundespräsidentenwahl des Bundespräsidenten kandidiert, was ein realistisches Szenario ist, was auch die beiden Kickl, 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 die beiden Kickl-Biografen festgestellt haben, dass das wahrscheinlich passieren wird. Und auch die Tamara E. ist Politikwissenschaftlerin, die ich sehr schätze. Dann haben wir aber wirklich ÖH. Also nur weil jetzt der Kickl nicht in der Koalition dann vielleicht ist, kein Ministeramt innehat, dafür dann aber bei der Bundespräsidentenwahl kandidiert, ist auch die Scheiße haben darf. Also Vorsicht, Vorsicht. Das Verhalten hat er sich selbst aus dem Spiel genommen, denn man kann nur in einer Regierung vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn sich alle an das gemeinsame Band, das uns umschließt, der Verfassung halten. Wenn man tatsächlich versucht, für die Menschen Arbeit zu leisten, die auch dann nachvollziehbar ist. Ihr Fehlverhalten wird noch große Probleme für Österreich bedeuten. Und genau deshalb ist es mir wichtig, den verantwortungsvollen Weg aufzuzeigen. Fehlverhalten, das immer noch demonstriert werden muss. Also ich meine, die Gutachten, die vom Bundesministerium für Klima bei unabhängigen, also nicht politisch gesteuert, sondern bei unabhängigen Rechtskanzleien, also Rechtskanzleien, Anwaltskanzleien in Auftrag gegeben wurden, so jetzt habe ich es das Wort, die widersprechen dir. Das eine Gutachten, wo diejenigen, die das ausgestellt haben, dir gegenüber weisungsgebunden sind, naja, die sind zu deinem Schluss gekommen. Wem glaubt man jetzt mehr? Wofür stehe ich? Wofür werbe ich? Und der 29. September gibt den Menschen in Österreich die Möglichkeit, genau darüber abzustimmen. Ihr Generalsekretär, eine Frage noch dazu. Sagt gestern beim Runden Tisch, wir haben es gehört, Gewessler ist der Kickl der Grünen. Sehen Sie das auch so? Sag einmal, hat dem jemand ins Hirn geschissen? Der Kickl, ein glasklarer Rechtsextremist und die Gewessler hat für das Renaturierungsgesetz abgestimmt, was nach meinem Informationsstand rechtlich vertretbar ist? Sag einmal, bei dem Vaterlift auch nicht bis ganz rauf, oder? Also wenn man sich ihr Verhalten ansieht, dann hat sie ja... Ja, Gewessler wie Kickl, was sagst du, Carly? Folgendes gemacht. Wenn Sie sich zurückerinnern, es gab einmal eine Aussage, die sehr polarisiert hat von Herbert Kickl, wo er gesagt hat, das Recht hat der Politik zu folgen. Dann bitte weise einmal nach, dass das rechtlich, dass es unrechtmäßig war, was Sie, Gewessler, gemacht hat. Weise das einmal nach. Dann kannst du den Mund aufreißen. Aber davor sprechen die Gutachten gegen dich. Die Energieministerin hat offensichtlich die gleiche Einstellung und das hat der Generalsekretär damit gemeint. Wenn wir auf die Umfragen schauen, dann gab es, auch wenn wir da jetzt zurückblicken auf die Europawahl, da war die ÖVP bei einem Minus von 9,9 Prozentpunkten sehr erleichtert. Derzeit steht die ÖVP in Umfragen, wir haben es gesehen, bei 22,5 Prozent bei der Sonntagsfrage. Das ist weit, weit entfernt vom Nationalratswahlergebnis mit 37,46 Prozent. Ja, Carly, das ist, weil du scheiße bist. Es wird der Regierung vorgeworfen, sie gibt sehr, sehr viel Geld aus und hat auch in den Vergangenen... Was hat die Frau studiert? Wir sind bei... Wo sind wir? ... in den Jahren sehr viel Geld ausgegeben. Da müssten die Menschen... Irgendwo bei 15 Minuten, okay. So. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur ZIP. Margit Laufer. Sie studierte Politikwissenschaften, Alter. Das kann es ja nicht sein. Politikwissenschaft Uni Wien, was mit dir, Alter? Okay, ich fress meine Worte. Unglaublich. Warum tue ich Streaming und ich denke, ich mache beides gleichzeitig? Viel Geld aus und hat auch in den vergangenen Jahren sehr viel Geld ausgegeben. Da müssten die Menschen ja eigentlich zufrieden damit sein. Warum zeigt sich das in den Umfragen nicht? Also zum einen zu diesem Vorwurf. Ja, weil das Geld nicht bei den Menschen ankommt. Wir haben... Weil wir eine hohe Inflation haben und nicht entsprechend die Löhne steigen. Und nicht entsprechend die Sozialleistungen steigen. Weil die Menschen sie weniger leisten können. Als Ergebnis von dem, was ich gerade in den letzten zwei Sätzen gesagt habe. Deswegen. Nächste Frage. Aus meiner Sicht in der gesamten Krisenbewältigung immer den Weg der Mitte gewählt. Wir haben... Ja, genau. Und das war das Problem, du Arschloch. Man muss da Linke... Man muss da wirklich jetzt mit hohen Staatsausgaben, mit einer Stabilisierung von Arbeitslosengeld, mit einer Unterstützung von Betrieben, dass sie sich höhere Löhne leisten können. Da kann man auch von mir jetzt einmal öffentliche Ausgaben tätigen. Muss man in den Klimaschutz investieren. Einfach, dass die Auftragsbücher von Unternehmen voll sind, damit die Wirtschaft wieder besser läuft. Damit Menschen mehr verdienen. Da muss man halt Geld ausgeben. Und wenn wir jetzt viel Geld ausgegeben haben... Ich würde gerne wissen, wie hoch das Defizit tatsächlich in diesem Jahr ist. Wie kommen wir nicht? Was war es im letzten Jahr? Österreich... Defizit 2023. Minus 2,7% des BIPs. Wieder unter 3% Maastricht-Defizitgrenze. Okay. Wie wäre es, wenn wir da einfach mehr Geld ausgegeben hätten? Wie wäre es, wenn wir aussehen, damit sie 3% Maastricht-Defizitgrenze irgendwie überdenken? Schaut euch nicht an, wie die irgendwie sich das zusammengeschustert haben. Es macht volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Wie wäre es, wenn wir einfach zu wenig Geld ausgegeben haben? Vielleicht müssen wir mehr Geld ausgeben? Gerade auf der einen Seite mit den schweren Folgen der Pandemie für die Wirtschaft, für die Arbeitskräfte in unserem Land dafür gesorgt, dass Wirtschaft und Arbeitsplatz stabil und sicher bleiben. Das war, wo wir Milliarden... Ja, Gehälter sind auch stabil und sicher geblieben. Nehmen stabil und sicher unterhalb der Inflation. Deswegen hatten Menschen real... Kaufkraftverluste. Dankeschön. Sehr stabil und sicher den Menschen nicht genug Geld gegeben, dass sie sich unter der Inflation immer noch ihren Lebensstandard leisten können. Danke. Sehr stabil und sicher dafür gesorgt, dass Menschen in die Armut rutschen. Danke. Unfassbar. Und diese legt... Achso. Also 2018 war noch so bei meiner Lehrabschlussprüfung für meinen kaufmännischen Beruf so. Und diese legt man bei... Ja, okay, aber die WKO, das ist was anderes. Das ist jetzt... Ich meine, es ist quasi staatlich, weil es staatlich verankert ist. Da gibt es eine Pflichtmitgliedschaft. Genauso wie bei der Arbeiterkammer. Also ja, aber... Nein, es ist immer noch was anderes. Was ist meine Meinung zu Martin Kocher? Das darf ich auf Twitch nicht sagen. ...in die Hand genommen haben, um den Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern und damit aber auch wieder die Investitionen in die Zukunft. Und auf der anderen Seite sind wir auch maßvoll umgegangen, als Inflation und Teuerung riesig waren, denken Sie zurück, vor eineinhalb Jahren war die Inflation bei... Wurde sowas schon mal gemacht, also dass man ordentlich gegen die Krise investiert hat? Ja, es nannt sich New Deal in den Vereinigten Staaten. Hat tatsächlich wirtschaftlich funktioniert. Hat zwar Klima kaputt gemacht und macht es immer noch... Aber hat sich wirtschaftlich rentiert. 11,4 Prozent, jetzt ist sie bei 3 Prozent. Viele Länder, die uns damals vorgehalten wurden, wie Spanien und andere, haben jetzt eine deutlich höhere Inflation als Österreich. Und aus meiner Sicht ist nur wichtig zu sagen... Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Das ist mal das eine. Und das andere, ich würde jetzt gerne... VPI-Steigerung seit Ukraine-Krieg, Österreich, Spanien... ... ... OPI steigern. Inflationsrate entsparen, ein bisschen lassen, okay. So, gut, und jetzt Inflationsrate, bist du reich. Ich hoffe, wir haben auch Statista, Statista zu 0 zu 9. Finanza T. Ach, weiß ich nix. Ja, wie die Marseille, okay. Also hier haben wir Spanien, die haben ab 2000, sagen wir, 3%, 8, 2, so. Das ist Spanien. Und ich habe jetzt hier den Verbraucherpreisindex. Das ist leider jetzt nicht in prozentualen Steigerungen. Ja, egal. Also Österreich ist nicht so gut gefahren wie Spanien. Aber gut, mit Preiskontrollen. Also Österreich ohne Preiskontrollen, Spanien mit Preiskontrollen. Spanien hat eine geringere Inflation. Das ist wichtig, dass die Kaufkraft der Menschen gestärkt wird. Das kostet alles Geld. Da haben Sie recht. Nur warum zeigt sich das in den Umfragen nicht? Ich glaube zum einen, weil die Menschen natürlich nach wie vor auch, und das hat auch das EU-Wahlergebnis gezeigt, und wenn Sie sich zurückerinnern, ich habe das auch gesagt am Wahlamt. Ich habe die Botschaft verstanden. Die Menschen haben nach wie vor Sorge und Angst. Wir dürfen nicht vergessen, der Krieg zwischen Russland und Ukraine besteht noch immer. Es gibt den Krieg im Nahen Osten. Es gibt sehr viel Unsicherheit. Und ja, das ist eine Herausforderung für die Menschen im Alltag. Und ja, es ist wichtig für uns als politisch Verantwortliche zu zeigen, dass wir diese Sorgen ernst nehmen. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwie Geld ausgeben und die Sozialleistungen erhöhen, um tatsächlich die Sorgen der Menschen zu lindern. Wir müssen sie ernst nehmen, aber wir dürfen nicht so handeln, dass es ihnen besser geht. Guter Punkt. Das tue ich auch, indem ich das mache, was als Bundeskanzler notwendig ist, eben redliche Arbeit zu leisten für die Menschen. Und der Wahltag wird dann darüber am Ende des Tages entscheiden und nicht umfragen, ob das die Menschen annehmen oder nicht. Wahltag? Was ist Ihr Wahlziel? Selbstverständlich. Oh mein Gott! Die nächste depperte Frage. Ja, also wir fänden so 30 Prozent schön. Was für eine Scheißfrage. Wir haben so viel Vertrauen als möglich. Von einer fucking Politikwissenschaftlerin. Nein, erbärmlich. Einfach abbärmlich. Einfach abbärmlich. Zu werden. Ich hab keine Wausse. Ich trink meine Wausse. Also mit Pensionserhöhungen, da kannst du tatsächlich sehr viel Wählerstimmen gewinnen in Österreich. Einigungen geben sollte. Wie ist das passiert? Und unter anderem auch wird dann im Sommer bekannt gegeben, wie hoch der Wert ist, eben wie die Pensionen angepasst werden müssen. Dafür gibt es ein eigenes Prozedere. Natürlich wird die Bundesregierung alles daran setzen, auch entsprechend den Gesetzesvorgaben hier zu agieren und damit auch die Pensionistinnen und Pensionisten nicht im Stich zu lassen. Das heißt, die Bundesregierung wird da offenbar schon noch einmal Geld ausgeben. Sie hinterlassen damit der nächsten Regierung wirklich ein Budgettrümmerfeld. Budgettrümmerfeld, erklär mir das doch mal. Warum? Staat in Eigenwährung kann nicht pleite gehen. In Eigenwährung. Ich hab schon angesprochen vom Fiskalrat. Ich hasse es, diese emotionale Aufladung ohne Grund, ohne irgendwie ein Beleg. Warum sollen wir auf einmal jetzt die nächste Rechnung nicht bezahlen können, nur weil wir die zwei Rechnungen davor bezahlt haben als Geldschöpfende Einheit? Grüß dich Nico zu K10. Tom, bist du so lieb und fragst dann den Nico wegen dem, was wir besprochen haben? Sie, ein Sparpaket, sollten Sie denn Teil der nächsten Regierung sein? Nein, dann können wir das gleich jetzt machen. Also ich habe im Österreichplan, den ich vorgelegt habe, klar vorgelegt, wie wir auch tatsächlich dafür sorgen können, dass es ein ordentliches Budget gibt. Und Ihre Zuspitzung in der Frage, dass wir hier große Budgetherausforderungen haben, muss ich insofern auch einordnen, weil wir nach wie vor die Maastricht-Kriterien erfüllen. Und warum sollen jetzt die Maastricht-Kriterien irgendwie ein Standing haben? Weil es sind dumme Kriterien? Lest, googelt einmal, also Ursprung der Maastricht-Kriterien. Da kommt irgendwie ein lustiger Kommentar, wo das erklärt wird. Das ist irgendwie was, was sich Beamten im französischen Wirtschaftsministerium und Außenministerium irgendwie so zusammengewürfelt haben. Ja, wirklich eine absurde Geschichte, überhaupt nichts mit volkswirtschaftlicher Vernunft zu tun. Schaut, nein, lest nicht, sondern schaut Video, schaut euch die Anstaltfolge zur Schuldenbremse an. Da habt ihr es dann. Ja, aber Sie werden auch am Ende des Jahres wieder die Abrechnung sehen, wo dann tatsächlich befunden wird, wie viel Geld ist wirklich ausgegeben worden. Wir sind hier deutlich besser als viele andere Europäische Unionsmitgliedstaaten. Und das, worum es mir geht, ist, wir müssen dafür sorgen, dass wieder investiert wird in Österreich, dass das Wirtschaftswachstum wieder zunimmt. Ah, mit gesund beten, aber nicht mit öffentlichen Ausgaben. Danke. Dadurch gibt es auch mehr Steuereinnahmen, mehr Möglichkeiten dann auch wieder auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite laufen die ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die wegen der Krisen notwendig waren, jetzt auch deutlich aus. Also wir haben hier ein neues Umfeld, das wird auch sich deutlich beim Budget auswählen. Die Frage war nach einem Sparpaket. Soll ein Sparpaket von der nächsten Regierung... Wenn wir jetzt ein Sparpaket haben, Alter, dann können wir das mit dem Klimaschutz gleich beenden. Wenn nächste Regierung ein Sparpaket beschließt, dann ist Klimaschutz in Österreich. Es ist schon zu spät. So schnell wie möglich kommen? Nein, aus meiner Sicht braucht es ein umsichtiges Vorgang, dass Investitionen in Österreich stattfinden, dass Mehreinnahmen stattfinden. Wir müssen die Lohnnebenkosten senken. Wir müssen Forschung, Innovation und Technologiefreiheit zulassen. Wir müssen uns dem Wettbewerb stellen, denn nur durch Investitionen in unser Land können wir auch den Wohlstand sichern. Das ist eine Frage. Es hätte eigentlich schon in den vergangenen Tagen, wurde gemunkelt, wurde hinter den Kulissen gesprochen, ein Personalpaket beschlossen werden sollen. Unter anderem geht es da um den Kommissarsposten. Wen schickt denn Österreich in die EU-Kommission? Also da gibt es ein klares Prozedere. Das ist vorgegeben. Zum einen muss es einen einstimmigen Regierungsbeschluss geben. Dann kommt diese Situation, die man beschlossen hat, dann in den EU-Hauptausschuss. All das ist jetzt noch Teil der Verhandlungen der Koalition. Aber gestatten Sie mir etwas dazu zu sagen, was heute nicht erwähnt worden ist. Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation. Wir leben tatsächlich in schweren Zeiten und es herrscht nach wie vor Krieg, nämlich Russlands gegen die Ukraine. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist. Österreich wählt ja den Ansatz, dass wir über den westlichen Tellerrand hinaus blicken müssen und andere Staaten gewinnen müssen, um Verbündete zu finden für den Frieden und dass die Waffen tatsächlich mal schweigen können. Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, den indischen Premierminister nach Österreich zu bringen. Es war sein Wunsch, dass er nach Österreich kommt, nachdem er beim russischen Präsidenten war. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden. Und das ist ein Thema, das die Menschen eben sehr bewegt, wenn es darum geht, was können wir tun, damit der Krieg endet. Seit über 40 Jahren das erste Mal. Jetzt geht er auf FPÖ-Stimmenfang. Ich meine, ich glaube, es ist eh zu spät. In Kalifornien brennen wieder die Wälder in Süd-Californien. Rekordreperatur gemessen 1,5 Grad Celsius. Das ist fucking insane. Nein, es ist nicht zu spät, aber es kann immer noch schlimmer werden. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als das jetzt zu machen. Also wirklich, egal wie schlimm es jetzt schon ist, es wird immer noch schlimmer werden, wenn jetzt nicht langsam gehandelt wird. Das kann man nicht irgendwie anders betiteln. Und ja, jedes Zähnungsgrad ist immens wichtig, genau. Und ich hasse es, schau her, es gibt in den Wirtschaftswissenschaften ein Theorem, das heißt Dismal Theorem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist auf jeden Fall die Idee, dass auch aus einer betriebswirtschaftlichen Logik die Ursachen des Klimawandels so geschäftsschädigend sind, dass selbst jedes private Unternehmen alles tun muss, um den Klimawandel zu verhindern, also nicht zu verhindern, möglichst einzudämmen. Das nicht einmal aus Altruismus, nicht weil jetzt Betriebswirte auf einmal dann sagen sollen, ja, wir machen das, damit es den Menschen gut geht, damit die... Nein, um ihren eigenen Gewinn zu maximieren, müssen sie das Klima schützen. Handeln Betriebswirte so? Nein. Das dumme Mensch. Nein, aber das liegt an was Anderem. Also, es ist wirklich fünf nach zwölf. Es kotzt mich an, dass nichts gemacht wird. Selbst die Wirtschaftspartei versteht nicht, dass... Ich weiß, also ich kann nur sagen, wir machen weiter. Der Premierminister nach Österreich kommt, vertritt über 1,3... Und ich habe gesagt, wir gehen es heute ruhiger an, ich habe schon wieder gelogen. ...ein Milliarden Menschen und das wird, glaube ich, ein wichtiges Signal sein, dem Weg, den Österreich auch immer wieder in die EU thematisiert, dass wir nämlich in der Friedensinitiative den Weg aus der westlichen Echokammer hinaus brauchen, damit wir die verbündeten Staaten finden, damit Frieden möglich ist. Das möchte ich noch dazu sagen, weil es einfach ein schöner Moment ist, auch das zu sehen, dass Österreich hier mit seinen Bemühungen Erfolg hat. Ich nehme mit... Fressenhalten. Unfassbar dummes Interview, Zeitverschwendung. Ich hoffe, der Armin Wolf kommt bald zurück aus der Sommerpause. Boah, das war wirklich schlecht. Einfach nur schlecht.